Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen Zeitreise hier bei Anno 1602 in der History Edition mit der bereits 51. Folge. Nein, ihr seht nicht doppelt, sondern der Grund warum die Folge heute so spät online gegangen ist oder online gehen wird, denn bei mir ist heute der 15.8., die Folge ist jetzt erstmal noch nicht in Planung sozusagen, ist, dass ich jetzt eine zweite Kamera habe bzw. eine neue Kamera habe. Und ich wollte euch einfach nur mal diesen direkten Vergleich zeigen. Ich hatte vorher die Logitech C920, habe jetzt, Moment, wenn ich auf die zeige, das ist dann die, also die, die da unten rechts steht, ist dann jetzt die Logitech BrioStream. War nicht günstig, das auf jeden Fall, aber ich habe das finanziert mit Hilfe eurer fleißigen Spenden aus den Livestreams. Auch nochmal herzlichen Dank an die ganzen fleißigen Spender, denn genau dafür sind diese Spenden da. So, ich werde jetzt aber selbstverfreilich, Moment, nur mit einer aufnehmen. Ihr werdet den Unterschied noch merken im Laufe der nächsten Aufnahmen, auch bei Miss Survival und so weiter und so fort. Ich hoffe, man sieht den Unterschied dann, wenn es gerendert ist, denn das ist jetzt eine 60fps Kamera. Und man sieht auch schon, ich meine, wenn ich jetzt hier eine schnelle Fingerbewegung mache, das ist 1 zu 1 alles drinne. Ich mache nochmal einen direkten Vergleich, wenn ich das so mache. Habt ihr davon auch dieses Chrisin ist endlich weg und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich noch habe, ist ein bisschen flackern. Ähm, was aber eigentlich nur sein sollte, wenn ich den Kopf hin und her bewege. Ihr seht, das ist so eine automatische Belichtung, das kriege ich aber bestimmt noch irgendwie hin. Gut, aber jetzt starten wir erstmal den Timer und wir switchen zurück in unsere Halbkatastrophe hier. Ähm, ich habe jetzt Offsview nochmal ein bisschen gespielt, wie gesagt. Und hab nochmal ein bisschen geguckt und gemacht und getan. Und da fällt mir gerade eine Sache auf, die muss nicht sein, Sekunde bitte. So, jetzt haben wir mal die alte Kamera ausgeschaltet. Das frisst ja nur unnötig Leistung hier. So, ähm, ich habe das nochmal Offsview ein bisschen gespielt. Ja, brennt schon wieder. Oh, aber wo? Ein Brand verlichtet eure Häuser. Ich finde es interessant, weil die Vulkanmeldung kommt nicht, aber der Brand. Herrlich. Aber gut, ist dann so. Ähm, ich habe jetzt Offsview nochmal ein bisschen gespielt. Hab mich auch hier schon mal in Position gebracht gehabt. Und wenn ich mir so diesen direkten Vergleich angucke, sind die Flotten ungefähr gleich stark. In der Zeit, wie ich hier Offsview gespielt habe und versucht habe, Kakao wieder auf ein Level zu bringen und so weiter und so fort. Hat der doppelt so schnell die Schiffe gebaut. Meine Bilanz ist, naja, sagen wir es mal so. Und je mehr Schiffe ich baue, desto schlimmer wird es natürlich. Nicht, denn wir erinnern uns, so ein Schiff hier. Ach, steht gar nicht da, was die kosten. Ah. Steht gar nicht da. Was ich außerdem gemacht habe, ich habe jetzt einfach mal geguckt, was passiert, wenn ich die zweite Route von Alkohol und Tabak einfach mal nicht fahren lasse, sondern die hier vor Ort habe. Ihr seht, es ist immer noch stabil. Was ich mir jetzt außerdem überlegt habe, ist bei den Exportrouten. Nehmen wir jetzt Stoffe raus. Oh, verdammt. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. So. Äh, zack. Zack, zack. Denn mit Stoffe baut er ja seine Schiffe. So, du kommst mal schnell hierher. Äh, ne, das war nicht hier. Das war da. Ah, der versenkt mich noch. Oh, komm schon. Ein paar mal schnell zurück. Dich müssen wir reparieren. Ähm, außerdem kam zwischendurch dann doch noch die Meldung, Kleidung wird knapp. Ich habe jetzt, ich glaube, eins, zwei, drei, vier oder so. Moment. Hier ist die dritte und dann hat sich hier, glaube ich, irgendwo noch eine vierte reingedonnert. Oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Oh, stimmt. Euch wollte ich noch verschiffen. Zu Befehl. Sekunde. Drei oder vier Schneidereien habe ich jetzt gebaut. Und ich habe mich entschlossen, ich mache das jetzt vollkommen anders hier. Also er kriegt keine Stoffe mehr, das ist schon mal grundsätzlich. Er hat selber noch eine Stoffproduktion irgendwo hier zu stehen. Ich glaube, er hatte hier irgendwo noch Schafe. Ja, hier ist er aber nicht sehr viel, außerdem macht er das gleich zur Kleidung. Dementsprechend soll er mich mal am Tüffel tooten, dann zahle ich ihm doch lieber ab und zu mal noch ein bisschen höheren Tribut. Denn ich habe jetzt vor, wir gehen doch mal auf Aristokraten, damit wir uns eine viel, viel größere Armee leisten können. Problem ist aber bei Aristokraten, wir brauchen dann noch deutlich mehr Kakao. Eventuell werde ich in den sauren Apfel beißen müssen, damit wir hier nochmal eine Produktion mehr reinbekommen. Ob ich das wirklich so sinnvoll finde, ist die andere Frage. Hatte ich euch jetzt schon umplatziert? Nee, habe ich nicht, weil hier würden eigentlich drei reinpassen, ne? Das ist auch noch so ein Thema. Gold machen wir, Schmuck machen wir. Das auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber mal gucken. Das war erstmal die hier abgeladen bekommen. Jetzt schnappst du dem nämlich schon mal die Baustoffe. Was ist mit dir los? Ähm. Oh, du hast schon alles verkauft. Okay, gut. Du reparierst bitte. So, außerdem, habe ich mir überlegt, wir brauchen hier deutlich mehr Lagerplatz. Das werde ich jetzt machen, indem ich hier einfach alles zugleister mit Marktplätzen, denn es wird wahrscheinlich so ausgehen, dass ich seine ganze Flotte nicht auf einen Schlag auslöschen kann. Das werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen. Ähm, das Tor ist da hinten. Gut, das passt. So. Ähm, das werde ich wahrscheinlich gar nicht hinbekommen, dass ich dann eine ganze Flotte auf einen Schlag auslöschen kann. Und dementsprechend ist die Gefahr natürlich groß, dass er uns hier und da mal eine Handelsroute versenkt. Dem wiederum möchte ich entgegenwirken, indem wir deutlich mehr Platz haben. So, Moment. Wenn ich jetzt zum Beispiel Schmuck reinnehme. Hier, 310 Tonnen. Das sollte für den Krieg an sich reichen. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, ja, werde ich schon irgendwann. So, Problem ist nur, jetzt habe ich die Werkzeugschmieden aus. Ich brauche aber erstmal Werkzeug. Obwohl, wir haben noch Eisen. Kannst die Eisenschmelze ausmachen. So, machst du Werkzeug an. So, Baustoffe ist da, das ist sehr gut. Äh, nimmst du erstmal hier... Ein Fuffi und hier noch ein bisschen mehr von mit. Das fährst du schon mal hier runter. Wir werden jetzt verdammt viel umbauen müssen, einfach. Jetzt hast du noch Holz hier drauf. Warum hast du noch Holz drauf? Das habe ich dir eigentlich wieder weggenommen. Weil er fährt jetzt pro Tour nur, in Anführungsstrichen, nur 20 Tonnen Kakao. Momentan reicht das, um wieder ins Plus zu kommen. Das habe ich jetzt, wie gesagt, eine Weile laufen lassen. Nahrung auch. Nahrung muss ich auch noch mal nachlegen. Schiffsreparatur beendet. Da habe ich grundsätzlich erstmal die ganze Nahrung von hier weggenommen. Hier war nämlich noch Nahrung drauf. Volles Lager. Und habe jetzt mal hier und da, wie man hier sehen kann, ein paar Fischereien noch gebaut gehabt. Eventuell wird Nahrung nochmal ein großes Thema. Aber ganz so notwendig, hier nochmal Fischereien bauen. Und dann werde ich dann einfach die Gewürzroute nochmal verschulen lassen. Und so weiter und so fort. Und das dann, wie gesagt, schön bunkern. So, wir gucken nochmal nach Alkohol und Tabak. Das sieht erstmal stabil aus. Das ist grundsätzlich gut. So, Baustoffe bitte abladen. So, dann drehen wir mal wieder in die Kamera. Überprüft eure Handelsrouten. Wir fangen damit an, dass wir auf jeden Fall eine Goldmine haben wollen. Hier hinten ging es nicht, ne? Ne. Und wir kriegen hier auch nur eine ran. Das ist wirklich schade. Wir hatten aber irgendwo noch eine andere Goldmine. Müsste ich nochmal gucken, wo genau. So, genau. Du kannst dich mir direkt daneben stellen einfach. So, du hast schon alles abgeladen. Dann fährst du nochmal wieder zurück zum Kontor. Du machst mal ein bisschen Platz. So, zack. Und dann wird jetzt hier ein bisschen umstrukturiert. Nochmal. So, 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 so. Ach so, warte mal. Moment. Der Weg hier noch weg. Was fehlt mir denn? Holz? Was? Warum? Ach, der Schülp ist jetzt immer noch mit. Ach, komm her hier. Ach. Quatsch. So, so. Ich frag mich, wo mein Holz immerhin verschwindet. Ah. Oh, jetzt hat er komischerweise nur 10 Tonnen mitgenommen. Okay. Oder auch nicht okay. So, das ist nahezu effektiv. Dann haben wir hier 1, 2. Schaut mal. Kriegen wir doch jemals eine Produktion mehr noch reingedrückt hier? Dann, zack. Zack. Wenn ich jetzt hier diesen Zwischenweg rausnehme. So. 1, 2. Oder? Warte mal. Ich muss mal die Sicht wechseln hier. So. Zack. Dann jeweils einen Weg hier rein. Das ist sogar noch der alte Weg. Lol. Und selbst der Freilich Kakao. Haben wir hier drinne. Ich mach das jetzt lieber mal einzeln. So. Wah. Das ist immer noch so eine ungünstige Steuerungslösung, find ich. Mit der rechten Maustaste. Es ist praktisch, ja. Irgendwo. Ach, Mensch. Jetzt hab ich hier noch Bäume stehen. Oh, weia. Okay. Es ist praktisch für die Steuerung an sich, mit der rechten Maustaste zu steuern, statt mit, äh, mit, 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 mit den Pfeiltasten. Weil W, A, S, D geht ja nicht. Aber irgendwo, ja, hätte man das auch anders lösen können. Irgendwie. Weil ich jetzt hier einfach das Problem habe. Oh, warte mal. Ähm, weil ich jetzt hier einfach das Problem habe. Und dass er jedes Mal mit der Kamera hin und her springt, wenn ich einen Bauer brechen möchte. Und das soll eigentlich nicht sein, ne? Überprüft eure Handelsrouten. Jaja, wenn ich schon irgendwann noch. Ist da was? Ich geh jetzt das Risiko ein. Oder, ich, warte mal, jetzt ist es schon. Wir gucken mal. Huh, 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 huh. Äh, komm mal ganz schnell her, hier. Ja, die Kleidungsproduktion, die frisst jetzt natürlich enorm viel Stoffe. Und eigentlich würde ich sagen, ich werde das Risiko jetzt eingehen und werde mal die, die Eingeborenen hier bekämpfen. Am liebsten mit dem Kriegsschiff. Machen wir auch mit dem Kriegsschiff. Kommt du mal hier runter, Milan. So, wie sieht es aus mit der Nahrung? Sie steigt wieder. Das ist auch sehr schön. Hier hätten wir auch nur einen Geborenen. Ich meine, man könnte auch noch hier nochmal eine separate Nahrungsproduktion hochziehen mit Getreide. Da hätten wir noch schön viel Platz. Das wäre auch noch eine Option. Jetzt will ich aber grundsätzlich erstmal auf, äh, Aristokraten hochgehen. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verbreiten. Ah, beim Tabak. Aber gut, Tabak haben wir eigentlich zu Genüge. Hm, hm, hm. Hier könnten wir dann bei Bedarf auch nochmal umswitchen. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Also umswitchen auf die effektivere Produktion. Muss ich nochmal gucken. Wo hatten wir denn noch weiter Gold? Möchte mich meinen, wir hatten zwei Gold vorkommen. Oder auch nicht. Wann waren die alle schon erforscht hier? Ich glaube, die ist noch nicht erforscht. Die hatten wir schon erforscht. Er selbst hat keinen Gold. Aber wir hatten doch zwei, oder bin ich mich schugge? Entweder ich sehe es nicht, oder es ist wirklich nicht da. Wo sich das bei diesem Riesengebirge hier super angeboten hätte, ne? Oh! Meine Gewürzplantage ist ab, ihr vergeht. Warum? Wie unhöflich! Kommst du da nicht ran? Doch, eigentlich schon. Von allen Seiten. Der hätte da rankommen müssen. Ah, nee, nicht Tabak. Mensch, hier, äh, äh, Gewürze. Ja, da ist einiges kaputt gegangen. Okay. Gut. Ähm, 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 ähm. Genau, wir wollten uns jetzt hier mal ein bisschen Platz verschaffen. Ich würde mal ein paar Musketiere rüberbringen wollen. Ich weiß gar nicht mehr, konnten die hier Erfahrungspunkte sammeln, die Einheiten? Oder war das erst bei 1503? Oh, vier Männer sollten reichen, ne? Gegen drei von denen mit dem Schiff dazu. Fährst du mal hier hin. Dann möchte ich mal mit dir hier oben nochmal gucken, ob hier nicht doch noch Gold war. Jetzt muss ich mich erstmal dran gewinnen, in die richtige Kamera zu gucken. Überprüft eure Handelsrouten. Ja, ja, mag ich schon irgendwann. So, hier haben wir ja auch noch diese kleine Werft dazu. Wir haben hier Stoffe und Holz immer auf Lager. Falls wir in der, äh, Handelsroute reparieren müssen. Die Suche nach dem Gold hier. Was, sag mal, hatte ich hier nicht wirklich zwei Vorkommen? Ich bin jetzt echt verwirrt. So, da fällt mir ein. Er ist bestimmt jetzt stinkig, weil ich ihm keine Stoffe bringe. So, zack, zack, zack. Muss ich gucken, verkaufe ich umfassen? Die mache ich nicht. Einkaufen auch nicht. Außerdem habe ich gemerkt, warum auch immer, ich hatte an einigen Kontoren wieder einen Einkauf drin, ne? Es kann eventuell nochmal zusammenhängen, dass hier ein Update kam. Sag mal, was ist mit dir los? Du kommst nur nicht so ran, ne? Ist doch durch blöd. So, da kann er nämlich wenigstens loslaufen. So, er kommt aber, ach, er kommt komplett gar nicht bis hier hinten ran. Das ist sein Problem. Ah. Wir haben selten mehr auf Lager. Äh, nee, warte mal, sag mal, Kumpel. Du brauchst doch nur rüberlatschen. Jetzt hat er das gemacht. Das war jetzt komisch. Aber gut, äh, halt. So rum wollen wir spielen. So, zack. Zack, 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 zack. In die Wanten. Setzt die Vorsäge. Herr Käpt'n, setzt neuen Kurs. Wom geht das jetzt nicht? Gebt bereit, Seite. Genau, immer erst mal schön auf die Einheiten drauf. Genau, ihr müsstet auch noch schießen. So, jetzt kommen die vereinzelt. Wir machen die Gebäude platz. Na los, ihr viel müsstet... Oh, 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 oh. Ich will jetzt keine Einheiten verlieren. Die brauchen natürlich ziemlich lange zum Nachladen. Sind dann aber auch ziemlich heftig im Zuschlagen. Also im Schießen. Ah, wir haben einen verloren. Nein! Okay, es war definitiv mehr als nur zwei oder drei. Die sind übereinander gestapelt hier. Autschen! Warum kannst du jetzt nicht draufschießen hier? So. Jetzt kannst du, wird. Ja, 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 ich weiß, ihr hasst mich. Ja, tut mir leid. Ging nicht anders. Ich brauche den Bauplatz hier. Überprüft eure Handelsrouten. Denn, 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 denn. Wie viel... Auch nochmal Baustoffe. Jawohl, mein Fürst. Genau, ihr kommt erstmal dahin zurück. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Nur mal kurzweilig hier noch ein Arzt. Ja. Ihr seid schon drauf. Sehr gut. Dann kommst du mal hier hin. Baustoffe. Ja, der Becker hat schon wieder Probleme hier. Hab ich nicht gut platziert. Kann man ja anders sagen. Ja, Werkzeug dauert jetzt ein bisschen. Obwohl, warte mal. Kommt hier, Werkzeug brauchen wir jetzt gerade nicht hier. Beutze aber auf jeden Fall. Wenn wir gleich nochmal Ziegel extra mit. Fahren das schön hier rüber. Überprüft eure Handelsrouten. Jetzt hab ich mich gerade gewundert. Warum ist denn hier ein Telt kaputt? Aber wir haben doch gerade eine Dürre. So, jetzt nimmst du immer 14 Tonnen mit. Das wird noch mehr. Ja, Schmuck ist gerade bei 24. Oh, nee. Schmuck müsste ich nicht verkaufen. Hab ich noch einen Einkauf irgendwo drin? Nee. Gut. Nimm mal ein Stückchen Kaffee nehmen. Okay. Hm. Hab ich hier schon wieder Nahrung drauf? Lol. Ja, hier war irgendwo noch eine kleine Fischhörte die ganze Zeit. Die hat mich die ganze Zeit übersehen gehabt. Nachdem ich hier die Siedlung selbst weggerissen habe. So, machst du mal ein bisschen Platz. Oh ja, ey Captain. Wunderbar. Hm. Ist noch nicht fest die Entscheidung, wie ich das hier baue. Aber es wird gebaut. Das steht fest. Ach herrje. Der ist hier hinten ja nicht ans Kakao rangekommen die ganze Zeit. Das hab ich gar nicht geschnallt. Ah. Mach das mal bis hier rüber. Ja. So. Kommst du mich auch an die Plantage hier dran? Hier unten können wir auch noch zwei reingequetscht. Das mach ich gleich noch. Vielleicht hier nur erstmal Kakao pflanzen. Ja, ist das natürlich alles ineffektiv, weil... Neue Soldaten sind verfügbar. ...weil die Dürre da ist. Moment. Hier können wir nochmal nachlegen. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. Ja, kannst du mal sehen, wie frech ich bin. Handelsrouten. Hm. Soll ich nochmal eine Anpassung machen. Du kommst nämlich so rum. Dann machen wir mal durch hier hin. Genau. Dann lassen wir mal ihm noch kurz das Kakao-Zeugs da abholen. Die zwei Tonnen. So. Dann kommt das hier weg. Wunderbärchen. Hier passen auch zwei rein. Das machen wir auch über die Anlegestellen. Hab ich jetzt hier alles erwischt? Mehr oder weniger? Warte mal, wie rum waren wir? So rum waren wir. Gut. Kommt nämlich hier eine Straße runter. Dann machen wir das hier auch wieder schön mit den Anlegestellen. Dass wir hier an beide rankommen. Zack. Ja, hier mache ich gleich zack. Weil da hat er eh schon eingebüßt, ne? Wunderbar. Fünf weitere Kakao-Produktionen sollten uns doch jetzt endlich mal auf den gewünschten Fortschritt bringen. Wir haben hier vier Karrenschieber insgesamt auf der Seite der Insel. Das sollte auch reichen. Hier haben wir sogar fünf eigentlich. Am liebsten würde ich ja hier nochmal eine Verbindung machen. Werde ich aber wohl nicht hinbekommen. So, du warst nicht im Weg. Das ist schon mal gut. 28 Tonnen Schmuck. Ich würde das so machen. Ich lasse das hier erstmal schön volllaufen hier. Ich habe noch Eisen hier drauf. Lol. Ähm, ich lasse das hier erstmal noch schön volllaufen. Und dann nehme ich das mit auf Schiff rauf. Und wenn das auf dem Schiff drauf ist, lasse ich nochmal ein bisschen volllaufen. Bevor ich das dann in unsere Stadt selbst bringe. Weil es wird enorm viel Bedarf da sein. So, die Reste kannst du nämlich jetzt wieder rüberbringen. Ei, 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 ei. Die Betriebskosten, die fressen einen auf hier. Von 36.000 runter auf 25.000. Autsch. Zack, zack, zack. Guckt mal, ob ihr das da irgendwie rein schafft. Alle sogar. Lol. Okay. Du holst dann hier oben noch den nächsten. Der ja fertig ist. Hallo. Klick, klick, klick. Sehr schön. Wah. Und die gehen automatisch raus. Allesamt. Sehr schön. Gut, dann kommt der Arzt da an der Stelle jetzt auch wieder weg. So. Wie sieht es aus mit den Vorräten? Nahrung ist grundsätzlich stabil. Könnt aber natürlich auch noch besser sein. Überprüft eure Handelsrouten. Ansonsten, Kakao wächst weiter. Kleidung wächst jetzt enorm. Während weiterhin Stoffe stabil bleibt. Ist auch sehr gut. Alkohol, Tabak sieht gut aus, Gewürze sieht gut aus, Kakao wächst. Alles in Ordnung. Was ich aber noch bräuchte, wären noch weitere Kanonen für die Zukunft. Will ich jetzt noch etwas umbauen großartig? Eigentlich ja nicht. Aber ich brauche trotzdem mehr Werkzeug. Ja, auch den nimmst du mit. Dann bringst du den jetzt hier runter. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Eieiei, Mann. Wie das ist so viel rumgelabert hier heute in der Folge. Und natürlich sehe ich jetzt erst, ich hätte hier noch eine ganze Reihe weitere Marktplätze reinbekommen können, wenn ich das hier alles ein Stück nach unten versetzt hätte. Egal. So, es sind alle Routen am Laufen, ne? Alle fahren hin und her. Ach Mensch, hier oben noch. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Hier wäre Zuckerrohr Tabak möglich. Kein Gold. Na gut. Dann kommst du wieder hier hin. Den nächsten ab. Dann kommst du wieder da hin. Gott, guckt euch das an, ey. Also große Kriegsschiffe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, eventuell. Was haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hilf mit der da oben, wisst ihr Bescheid. Dann hat er noch die Kanonentürme und so weiter und so fort. Das heißt, es wird darauf hinauslaufen, dass wir das halt nicht nur in einer großen Schlacht schaffen, sondern es wird ein ziemlich langer Krieg. Der wird ziemlich zermürbend. Eigentlich könnte ich das hier alles mal in eine Etage tiefer setzen. Dann hätte man nämlich hier noch Platz für einen weiteren Weg. Weißt du was, das machen wir jetzt auch. Ach, aber doch nicht, siehste. Verdammt. Geht dann anders? Kurzer Moment, wie der liebe Voucher mal so sagt. Überprüft eure Handelsrouten. Weil mich fristet ehrlich gesagt ein bisschen an, dass der Bäcker hier da nicht hinlatschen kann. Wenn das schon nicht so gerne zum Marktplatz geht. So, jetzt gucken wir mal. Huch. Jo, hat genauso wenig gebracht. Egal, wir haben es mal gebaut. Ne? So. Könnt sich jetzt höchstens überlegen, ob man die Zuwegung hier anders macht und den Müller dann irgendwo hier mit reinsetzt. Das ist eine Option. Das mache ich, ja. Das ist eigentlich die Lösung sogar. Ne, ist es nicht. Verdammt. Die sind ja eigentlich für den Bäcker da, die zwei Mühlen. Die zwei Bäcker hatte ich ja hier gesetzt, wegen den vereinzelten Produktionen, die ich hier irgendwo noch rein gequetscht habe. Äh. Na gut. Ist dann also. Und Gewürz hat immer noch Probleme, hier richtig hin und her zu fahren. Herrlich. Oder auch nicht. So. Und du bist Tabakgewürze, okay. Wir verlieren immer noch Gold. Mittlerweile sieht das aber ziemlich stabil aus. Das Hauptproblem, was ich noch sehe. Klar. Also zum einen habe ich ein bisschen Steuern angehoben. Und zum anderen. Wir können verhindern, dass weitere Bürger zu Kaufleuten aufsteigen, indem wir die Steuern so haben, wie ich das jetzt habe. Indem sie halt nicht glücklich sind mit den Steuern. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Was ich aber gerade sehe ist, die sind noch nicht voll. Das möchte ich auf jeden Fall haben, dass sie dann wenigstens volle Bürgerschaft haben. Da ist mir doch einiges drin hier. Durch Feuer, Pest und so weiter. Da haben die auch ziemlich viel verloren, so wie es ausschaut. Überprüft eure Handelsrouten. Nö, mache ich nicht. Was passiert? Ein Vulkanausbruch. Ah, ausgerichtet da. Das ist nicht schön. Wir machen auch schnell. Da hoffen wir, dass nicht wieder die Feuerwehr weggeballert wird. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Diesmal ist es der Marktplatz. Wunderbar. Sehr gut. So, Bürger, Bürger, Bürger. Hier, 315. Ihr seid jetzt wieder voll, möchte ich behaupten. Ab hier werden sie sauer. Ah, gleich wieder 5 auf einen Schlag weg. So, 41%. Die wiederum möchte ich ja aufsteigen lassen. So nach und nach. Zu Aristokraten dann. Ja, moin. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Das ist aber schlecht. Das ist aber ganz schlecht. Pass mal auf, du. Da kriegst du jetzt Gegenzunder von mir. Du kannst weiterfahren. Wurde auch besser. Die schicken wir mal schnell hier runter zum Reparieren. Deswegen habe ich die da gebaut. Die kleine Werft. Überprüft eure Handelsrouten. Ich sehe hier oben etwas, was mir nicht gefällt. Der hatte gerade keinen Tabak. Überprüft eure Handelsrouten. Ich überprüfe hier gar nichts, Mann. Du nerfst. Warte, komm mal zurück. Wenn dann, solltet ihr gleichzeitig ankommen. So. Ja, ja, ja. Der fährt einfach weiter, lol. Okay. Ich glaube, der hatte keinen Bock mehr. Bin mir nicht ganz sicher. So, lass das mal schnell durchreparieren, das Schiff hier. Aber einfach schnell. Es ist bloß die kleine Werft. Die dauert natürlich länger, ne? Schiffsreparatur beendet. So, dann kannst du mich gleich wieder losfahren. Haben wir denn noch wirklich Schaden bekommen hier? Ja, im Vorbeifahren hat er zweimal geschossen. Ach, komm. Kommt ihr mal wieder da hin. So, wie sieht's aus mit Schmuck? 43 Tonnen. Ja, Gold ist nicht in Überproduktion da. Schnappt er sich immer gleich raus? Wir verlieren immer weiter Geld. Das ist nicht schön. 300 Bürger. Das wären dann, glaube ich, so knapp 800 weitere Kaufleute. Das ist ein bisschen sehr viel. Ich meine, bei dieser kleinen Insel, in der Anführungsstrichen kleinen Insel, haben wir auch wirklich verdammt viel Einwohner drauf. So, Hochschule und Theater wollt ihr noch haben. Vielleicht mache ich das... Überprüft eure Handelsrouten. Vielleicht eventuell auf Kosten von denen hier. Also von den zwei Förstern hier. Überlege ich mir bis zur nächsten Folge. Ich gebe die jetzt erstmal in die Ränderschleife, damit ihr sie heute noch sehen könnt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, die Qualität der neuen Kamera ist auch wirklich dementsprechend sehr gut. Also ich persönlich finde es schon. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao! Ciao!